Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal haben uns Rosado und Goldschmeri ein weiteres Emblem gemacht von den Swinningen. Und ja, ich bin jetzt hier schon auf der Weltkarte. Es gab eine Sequenz zwischen den, von der letzten Map gehen und hier auf die Weltkarte gehen. Das seht ihr nach den Bandgesprächen, die Sequenz. Wir haben heute vor, natürlich die Nebenquests zu den Zwillingen zu machen. Hier neben dem Quest findest du Ruin. Ich hab jetzt nur geraten, weil zwei Teile auf der Map sind. Und ja, ihr kriegt, wie ich vorausgesagt habe, jetzt erstmal die Bandgespräche. Und danach kommt die Sequenz hier, die nach Verlassen der letzten Ebene bei mir auftauchte. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sequenz, das kann ich euch sagen. Also ja, hier ein Zeitstempel, falls ihr die Bandgespräche überspringen wollt. Und wir sehen uns dann gleich bei der Nebenquests wieder. Also, ist es wahr, dass du Fortunes kannst? Es ist. Ich kann Dividen alles aus, von den Tag der Fortunes, bis zu einer Person größeren Fete. Was ein fantastischer Talent! In diesem Fall, würde ich mir das Zukunft von Brodia für mich? Brodia's Zukunft? Brodia ist meine Haus. Ich liebe meine Haus. Und seit dem Start des Krieges, habe ich mich über die Zukunft über die Zukunft. Ah, du möchtest wissen, die Fortunes des Krieges, dann? Es kann nicht gut sein, dass du sicher bist, dass ich das tun möchte? Ja. Ich bin bereit für die Wahrheit, was es möglich sein. Entstanden. Dann, wir beginnen. Spirit of the Cards, cast deine Divine Licht, damit ich sehe die Fortunes, der große Brodia ist. Es ist revealed. Brodia's Zukunft. Ja? Ich sehe... nichts. Nichts? Was bedeutet nichts? Es ist wie ich sagte, ich sehe nichts. Das ist das die Cards mir gezeigt. Das kann nicht sein. Das ist das... Das Krieg bringt mein Land in Ruhe? Ich verzeuge, ich bin nicht wirklich sicher. Ich sehe... 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 Sieh-Ital, was mit dem Begrüß? Das war nicht Teil des Krieges, Prinzessin Tamara. Du verbrötst deine Werte. Ja, nein... Ich drehe hier eine Blache. Das Problem war, dass du keine Spezialitäten der Roast-Meat zu machen würdest. Schau mal das! Schau mal das! Deine Zitzen haben viel mehr flavor als jeder Zitzen sollte. Du hast es promised. Oh, das hört sich eine Belle an, wenn du es erwähnt hast. Was über... die großen Zitzen sind eine große Distraktion? Uh, meine Zitzen, meistens? Du sprachst, dass du keine Zitzen von mir würdest. Aber hier bist du. Du und deine Zitzen. Alles, was ich essen, ist vor allem entschieden, um meine Zitzen zu stecken. Jetzt, ich will das in meine Zitzen. Oh, sicher, mach es. Ah! Spirit of the Cards, schau mal deine Divine Light und zeig mir, wie zu verabschieden diesen Dämonen. Dämon? Ich versuchte, dass du politisch bist. Wenn es dich so viel interessiert, warum nicht weg und lass mich essen in Frieden? Oh, ich lasse, okay. All right. Far, far, far away. I will beat this trial. You'll see. Moon and Stars, I beg of you. Keep me from this meaty temptation. Yeesh! That was weird. Hmm. Yes! I see it! Princess Ivy! Dinner tonight shall be... Bum-ba-ba-da-ba! Vegetable stir-fry! I see. Your response is very underwhelming. Do you dislike stir-fry? I don't have strong feelings about the menu. Then what does it mean when your face wears this dubious look? I am thinking. You have the ability to see the future. You never predict anything important. But your predictions are correct every single time. Kind of you to notice. It was not a compliment. I don't understand how you do it. I find it unsettling. I am unsettling? Why? You are an unknown quantity. I dislike unknown quantities. You dislike me, Princess Ivy. I... We each have our tastes, I suppose. But... This makes me sad. Wait. Even if you do not like me, I like you enough for both of us. So, there is no problem. Ah! You are a strange one, Kigetsu. There you are! There is your joy! To bring such joy to your face is at least some compensation for your... Dislike. Princess Hortensia. You are not busy, are you? Let's grab a cup of tea. Prince Fogato! I know I am irresistible, but I am also a princess. You shouldn't be hitting on me. I am not up to anything, I promise. I was hoping to have a nice, chaste exchange of ideas. Hmm. Act innocent if you want. But even in Illusia, we have heard what a flirt you are. People talk about me all the way in Illusia? I'm flattered. You wouldn't be if you heard what they said. Why put stock in gossip? I want to have tea and learn of each other's countries. That's all. No thanks. Besides, my sister needs help today. Hey! You're a prince. Shouldn't you have a ton of work too? Solm is a queendom. So my sister is first in line to the throne. Not me. So you just waste the day away, wandering around and flirting. Not flirting. Patrolling. Oh, okay then. You definitely got me there. Hey! Why aren't you helping Princess Tamara? Lighten her workload! Ouch! That's harsh. Oh well. If you happen to change your mind and decide you like tea, just tea, I'm around. Jade! Yes, Jeanne? You had it all wrong. I'm not scared of you. But you said it was hard to be around me. I did, but I wasn't finished. I know that the reason you rush into battle isn't because you're bloodthirsty, it's to protect But either way, it always puts you on the front lines. So when it's over, you come home hurt worse than anyone else. Am I right? Oh. I worry about you. I get so worried sometimes, I can hardly stand it. Oh, Jeanne. People who throw themselves into combat like you don't tend to live very long. That's what makes you hard to be around. The idea that one day you might not be there. But, I think I've gotten over that. However injured you get, I can always heal you. You fight so hard to protect me, so I should do my part to keep you alive too. That's very noble of you. I'm really sorry for the way I acted before. From now on... From now on, we'll fight side by side. As allies and friends. Yes. That's exactly right, Jade. I'm really glad we've got that straightened out. Uh... Is this a good idea? Is something the matter? Look at this. It's an invitation from someone called... The Forest Sage. I am unfamiliar with the moniker. Me too. But they want me to go to their cabin. Oh? See this map of the mountain they drew? It says, if I can get to the cabin, they'll give me special medicine to fix my sense of direction. I didn't know such a thing existed. But according to this, it does. A cure for poor direction, sense? Does the world truly hold such wonders? I hope so. The thing is, my sense of direction, honestly, is pretty bad. The other day I went out for a walk holding a compass, and I still got lost. Most concerning. So, what will you do? What else can I do but go? This has been a problem, and not just for me. If a potion really can fix it, I have to try. Then allow me to wish you good fortune. Thanks. Here's hoping it helps. Got a minute, Anna? I might be in the market for something. Hey, it's not Anna. It's Lady Anna between friends. Call me lady or keep your mouth shut. You seem to be well-liked by all, Lucina. I think that's simply splendid. Is that unusual? I'm sure I have the normal amount of friends. No more than anyone else. Oh, Professor. I did it again. I was trying to help out, I swear, but I messed everything up. It's alright. Turn your failures into learning experiences, and they won't be failures at all. You look pretty stern there. Brushing up on your tactics? No. I'm reading the tale of a knight. It's pretty inspiring stuff. You know what would make a nice picture? You and a dashing prince. Or maybe an obedient butler. Chloe, if we're gonna be fighting side by side, I think maybe you should be the one next to me. Ah, that cool breeze. Lovely, isn't it? Almost a shame we'll arrive in Fyrene soon. I'm surprised you came with us, Sephia. You're so loyal to Papa. I figured there was no way you'd approve of this. Oh? Well, your father is my master, but lately his orders have been somewhat concerning. I know exactly what you mean. He thinks nothing of killing people. I have the same blood in my veins, of course. Maybe it's natural people mistrust me. Oh, Lady Vale, no. I heard about those awful things the Divine Dragon said. That you killed Lumera? Stole the rings? If I were you, I wouldn't believe a word of it. After hearing who your father was, the Divine Dragon probably said that to hurt your feelings. Hmm. I've decided I won't harm anyone. Ever. Even if it costs me my life. So, I'm not going back to Papa. I don't want to destroy this world. How kind-hearted of you. If you two really want to help, then after I've cleared up this misunderstanding, will you help me find my sibling? What a silly thing to say. You are Lord Sombron's only child. You have no brothers or sisters. That's not true. We've met. Look at this. How beautiful. It looks like a dragon stone. It is a dragon stone. A thousand years ago, I was crying, and one of my siblings gave it to me. I remember it well. Even though I can't stay with you, I'll always be your friend. If you're sad, or lonely, remember. If this stone is intact, that means I'm still alive. As you can see, in all this time, it hasn't even cracked. But that means... What does that mean? It means my sister is still alive. And I'm going to find her. Perhaps with her help, I can convince Papa to end this horrible war. Sofia? Is something wrong? No, I'm just so... moved. After we've finished our business in Firinae, Gris and I will help find your sibling. Thank you. I've been looking on my own this whole time. You two will be a big help. Look, Lady Vale. Firinae on the horizon. Why don't you take in the view? Maybe reflect on what you'll say to patch things up? Good idea. Another one of Lord Sombron's children survived? First I'm hearing of it. I don't understand. They all perished in the war a thousand years ago. All of them except Lady Vale, who was too young to fight. I watched it happen, Gris. Watched as each and every one of them met their end. Unless... No. What? Remember something? It's only a hunch. But if I'm right, we may have a problem on our hands. Good thing we heard this before she fell asleep. Yes. After all, once we've gotten to Firinae and uncovered the truth, she will never awaken again. Look at this place. Oh my. It can't be. It's impossible. It's impossible. What's wrong, Erika? This looks almost exactly like... I'd swear to you, this is where everything changed forever. Changed? How so? I was a member of the royal family of Firinae. Our close neighbors, the Grotto Empire, were our allies for centuries. Then, with no hint of warning, the Grotto Empire invaded. That must have been difficult if you were allies for so long. As the royal family, my brother and I fought together with our friends to protect our people. The final conflict took place right here. I know things only look similar, but it's very much like being back there. You don't have to go on. I understand that it's a painful memory. I... I lost a very dear friend that day. But you didn't lose hope. You fought on. Even when faced with losing a friend. I... Would you spar with me? Here? Everything I feel about that day is bound up. My heart is full of grief. Perhaps fighting here will help overcome that. Though that sounds like my brother's thinking. I would be glad to spar with you. However, I don't plan on losing. Well, you wouldn't last long if you didn't try to win. And if you win, then our bonds will only become stronger. Obwohl, ich ziehe da nicht in unserem Team. Oder? Doch, da ist ja. Now, let's begin. I'm ready, oder auch nicht. Here goes. Oh, coole Musik. Emblem and game. Emblem and game. So, ich weiß schon, wer meine Pfeile abbekommt. Wie einer von dem Fiesling da. Nimm mal den. Has it might lose? Oh, ich hab da unten noch die Doppelgänge besprochen. Ansonsten hab ich's nichts gemacht hier. It's too much. Nein. Komm, treff die denn auch alle. Wenigstens du tisst nicht. Meine Doppelgänge halten ja lange. Nächster. Der ist gefährlich, der hat einen Schnitter. So, Kollege, jetzt mach ich dich fertig. Du machst dir gar keine Grits. Am wichtigsten ist, dass ich die Drachen eigentlich zuallererst loswerde. Ach, wunderschön. Du hast die Augen nicht normalerweise immer zu? Das war das erste Mal, dass ich ihn mit geöffneten Augen gesehen habe. Du hast keine Chance, Junge. Sie ist einfach mittlerweile eine Kämpferin. So, ich hoffe, ich kriege einfach Instinct einen Kript auf dich. Ich will dich loswerden. Dann halt nicht. Auch in Ordnung. Hier! Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. So, kann ich den Drachen finishen? Ich kann ihn finishen, ja. Die Drachen sind mein größtes Problem gewesen. Ich hab wirklich gedacht, du würdest es treffen. Sayonara. Ich hatte ewig lang keinen Magier im Team, ne? Genau deswegen hab ich Céline heute mal mitgenommen. Okay, ich bin sicher auch mit dem Donnerschwert. Friss meine Meister-Axt. Ich hab den jetzt mal gefinischt, der da die ganze Zeit hinten hing. Oma hat gerade ein Bundleivel dazu bekommen und dadurch die Fähigkeit Pfundsache bekommen. Wartet sie neben einer Einheit, kriegt sie jetzt ein Item. Finde ich ganz praktisch. Wir können jetzt ständig Items kriegen. Nichts, doch. Nichts, doch. und ist so oder so keinen schaden gemacht wofür hast du es überhaupt probiert die kurze schaden aber die sind alle gut angehüttert egal wie mich die angreifen die sind alle worden einst du kannst abgabend okay feuerland und donner schwert okay sie am element war so kollege ihr verpasst jetzt eine mit der orkan aktion die generelle die sind einfach so ultimativ stark wenn du keinen marke als gegner hast gegen diese die gegner eigentlich zu chancen los und kritt mit nur neun prozent chance ich bin zu gut einfach zu easy also die ist schon ein bisschen hochnäsig ich habe auch ein blitz aber meiner ist besser als deiner auch auch ja 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 Darf ich dir mal einen Tomahawk vorstellen? Der fliegt ganz schön. Besonders fliegt er gerne in Gesichter. Mal gucken, ob es ein Klinz wird. Es wird ein Knit. So, die schieße ich mal instant vom Himmel. Und ich habe ja noch Elfenwind. Also bist du auch, Ripp. War ein Greifenritter. Ist mir gar nicht erst aufgefallen. Oh, Ignus. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Was ist das denn für eine Fähigkeit? Ist das richtig? Wir brauchen uns noch nicht angucken, wer es tut. So, habe ich Glück mit dem Wodau. Natürlich hast du Purgativ. Nö, eine dieser Stahlwaffen. 1%, du triffst dich. Als hättest du mit 1% getroffen, ne? Dann hätte ich das Spiel verklagt. 1%, du triffst dich. 1%, du triffst dich. 2%, du triffst dich. 1%, du triffst dich. Ja, dein Pech, dass du gepanzert bist. da macht man nämlich mit feuer besonders viel schaden ich weiß hätte die hier von anfang an panzerbrecher gehabt in der auch tot aber es ist ja jetzt sowieso also macht das nicht so einen großen unterschied kommt eh nicht dran ein kollege ich stelle hier meine meistags vor hallo meister betrifft auf mimesis jetzt gedacht das gespeich geht nicht besonders lang so du frisst hier schon fast tot mal ich dem mit luis noch den speer rein ist entgültig weg anna hat gerade ingrim gelernt verleiht zu beginn des kampfes krit plus 1 im kampf für jeden kp den die einer verloren hat max plus 30 um gottes willen die fähigkeit will ich bei jedem haben dann haut ja jeder nur noch die kritz raus fieser magier noch mal ein fieser magier mal jetzt hier auf extra ist auf die mütze langbogen mehr als tür kaputt machen und einmal den magier abschießen konnte ich nicht machen die runde genau greif luis an bist du safe tot meine apologies greif doch nur an wenn du dich nicht wehren kannst ne wenn der gegner sich nicht wehren kann ich will zeigen welch ich davon halte tschüss bin schon gespannt was in der kiste da drin ist und bei den beiden habe ich ein bad gespräch demnächst noch vor mir engelshobe das war glaube ich mehr hp was ist hier drin zwei ziel ok aber den rest der runde kann ich offenbar noch nicht angreifen so jetzt sind die dran der hat eine schnitte deswegen hatte ich mit dem markiert oder welchen krieg gegen gegen das ziehen so demütig man so der hat mir sorgen gemacht und so noch einer mit bolganon die anderen die bewegen sich glücklicherweise nicht aber sie heilt natürlich 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 und sie bewegt sich ich war ja schon ein wenig den aster sturm rein jete so 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 ich mach's mir jetzt einfach und vernichte einfach nur erika lasse die anderen jetzt mal stehen so 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 Ah, Einbruch ist immer schön. Und zu dir. Du hast stärker geworden. Du kannst sogar sogar gegen Ephraim, mein Bruder. Vielen Dank. Ich denke, du hast immer auf dein Bruder geplant, hast du? Ich würde nicht... Ich meine, wir sind siblings, und wir immer brauchen einen anderen Unterstützung. Ich denke, ich habe es nicht gedacht, dass ich so auf dich geplant habe, Erika. Ich vertraue deine Meinung und deine Fähigkeiten. Danke. Ich möchte nur eine Hilfe für deine cause, wie die anderen mir geplant haben. Ich bin sehr glücklich, zu sein Teil davon und zu helfen, alle von dir. Du hast mich so oft saved, ich denke, dass ich mich verloren hätte. Du solltest mehr Aufmerksamkeit haben. Als wir beide in unsere eigenen Fähigkeiten glauben, können wir da sein, um uns zu unterstützen. Das ist gut für mich. Ich hoffe, dass du mit uns stehst, Erika. Ich hoffe, auch. Ich bin sicher, dass du diese Welt verletzt kannst. Ja, Leute, hier stehen wir jetzt, ne? Erika haben wir besiegt. Ich habe jetzt am Ende mich nur auf Erika deswegen konzentriert, weil da standen zu viele Leute und ich hatte jetzt Angst, dass einer von denen eventuell drauf geht. Vor allem mit den ganzen Magiern dort. Das Bolganon, das ist halt ultra stark. Naja, jedenfalls, das war diese Nebenquist. Wieder eine weniger. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst einen Abonnenten und einen Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau! Tschau! Tschau!